Yo moin, heute im Clash-Raw-Video gibt es das erste große Finale auf diesem Kanal mit meinem Wallbreaker No-Skill-Account. Können wir es auf die 6000 Profäen schaffen? Wir haben ein sehr, sehr gutes Karten-Level, das stimmt. Ritter leider unterlevelt, Miner Lockner unterlevelt, aber wir sind Stufe 10. Das heißt, großer Struggle, Lava, Pups, 3 Hits, Pekka, 2-Hit, mein Ritter. Wir haben einen sehr, sehr krassen Nachteil. Unser Turm allgemein hat auch irgendwie 600, 700 weniger Leben. Das heißt, wir starten jedes Game mit einem Disadvantage. Mit einem Nachteil. Und ich würde sagen, wir springen direkt rein. Ob wir die 6000 Profäen heute schaffen, werdet ihr dann sehen. Auf jeden Fall unsere Ziele am Ende der Season mit Stufe 10 über die 7000 Profäen zu haben, um den Weltrekord von Papeo zu bringen. Schreibt gerne die Kommentare, feiert dieses Format, lasst gerne einen Daumen nach oben, lasst gerne auch gerne ein Abo da. Würde mich sehr, sehr unterstützen. Seid heute Abend unbedingt wieder am Clash-Raw-Leist schon dabei. Und denkt sehr, sehr gerne an Trader-Code-Mortner-Shop. Ich freue mich auf euch. Let's go. Gönnen bitte Miner oder Lock. Bitte bless Angin in den Chat. Weiter geht's. Graviat, Junge, wie dumm. Weiter geht's. Oh, ja. Ich bin grad gekommen. For the Magic. TVD, danke für die 12. Das ist ja voll das Rotabzellwerk. Für dir viel Spaß und voll bei den Rock. Das Ding. Vielen, vielen Dank TVD für den Support, Digga. Morten, liebe in den Chat. Ich danke dir. Ich danke dir. Und ich danke euch für 107 und 819 Zuschauer. Moin alle 9. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, wir haben Bock. Wir pushen meinen Account, wo wir vorhin Opening reingemacht haben. Bisschen hoch. Und ja, der Trials ist kostenlos. Die Pack-Up-Wild-Spam. Sollte ja nicht ganz gutes Metal sein, aber unser Ritter ist ein bisschen unterlevel. Und dann vorlaufen. Bitte tu's! Let's go! Let's go! Jetzt bist du gegen jetzt der übelste Karpi-Schwitze. Was? Oh, fuck, Digga! Mod... Äh, Mod. Mein Mod. Packard zuhittet. Fucking Ritter. Oh mein Gott, okay. Keiner weiß, was für dieses F steht genau. Weiß ja genau, was F bedeutet. Der ist für Fack. Bail, achso, nur B. Okay. Gleich. F2, achso. Geil. Wie gewinnt man Ordnung, Walters. Es ist so dumm. Modenreale, Feuerwalter, B. Okay. Bin ja nicht ganz neu. Aber wisst ihr, was das Gute ist? Wir sind Morten Royale. Wir können jetzt noch gewinnen. Dispair, Digga! Morten Royale! Gewinnt das Ding! Let's go! Let's go, Mann. Was ein Game. Wir sind so close vor den 6.000 Trophäen mit Stufe 10. Come on! 5.930, wir können es schaffen. Aber wann fängt eigentlich Top 10k an? Ich kann es mega schlecht einschätzen. Problem der Fokus. Daddy Luis, Level 13. Ich bin halbt. Okay, wir gehen nicht davon aus, dass der Tornado hat. Wahrscheinlich, Digga. Päcker. Clash-Holts. Er lacht mit Level-Spieler aus. Es muss ein schlechter Mensch sein. Dann sehe ich den Magier und es beschädigt sich. Digga, mein Neid! Ja, mein Ritter wurde so hart genoodled. Alles gesehen, Bruder. Ich habe alles mittlerweile in meinem Leben gesehen. Ok. Pan da! Ich muss nur los. Reinde. Er reicht nicht. Stimmt, er hat jetzt 7 Nados. Ganz normales, klassisches Pekka Bridge beim Deck. Wie soll ich davon aus gestern Nado Spiegel spielen, Digga? Ah, fless, klar, Digga! Omega Lul, Junge, was? Wir sind aber in Führung. Wir sind in Führung, Jungs, wir können es gewinnen. Wir sind in Führung. 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 Okay. Jungen, Level 13 Lockettling getötet. Help! Hilfe! Digga! Bruder, nein, 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 das machst du nicht. Nein! Bruder, SPA sagt mich mit Doppeltfeuerball! Nee, Digga! Das klappt nicht! Thanks, Junge! Danke, Mann! Ja, plus 31 Trophäen! Let's go! Zwei Games noch, Junge! Ich danke euch für die 100 Follows. Lasst gerne ein Follower, damit euch der Conan gefällt. Würde mich freuen. Klickt aufs Herz. 2500 Follows noch für die 100k. Würde mich freuen. Als ob das so ein IG-Schwitzer ist auf 5,9. Das ist ein Witz, oder? Imagine gegen einen IG-Schwitzer auf 5,9! Geil! Ist das X-Bogen, Digga? Und ein Turm. Okay, 3 Punkte nur, wir können schaffen. Auf geht's jetzt, komm! Wir pushen uns! Das ist einfach Schocker, Digga! Komm, Digga! Komm, 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 komm! Man muss es auch fühlen, Digga! Muss es auch fühlen! Okay. Das Ding ist, jetzt würde ich eigentlich Bad Sminer machen. Komm, komm, einfach der fette Lactis-Bird. Und Mod mehr Follows als Viewers. Sonst hätte Monte jeden Stream 3 Millionen Zuschauer. Wär ist nicht ein bisschen komisch. Doch, wenn du mehr als Kano ein Follower hast, ist das eigentlich relativ normal. Wie gesagt, ich will mal die Zuschauer. Wenn meine Level 12 ist Hardwashed. Junge, meine meine Level 12! Oh mein Level 10 Turm, die Kombi Es ist wirklich ein schwieriges Game, aber wenn es einer schaffen kann, dann sind wir das hier Der Miner chirpt, das ist ein Hit Triple, wir müssen bis Triple kommen, meine Freunde Er ist besser, okay, mich Wir sind wild, Digga, wir sind wild, Hacking, glaub mir Das Lock, das Lock kriegt so viel Value Miner ist dran, Miner chirpt Bob, ein Torpödeck auf den X-Bogen Er bringt die nicht Ich wäre der Held gewesen, der Held der Helden Ja Wir haben uns los Was ist das für ein X-Bogen Placement? Hä? Omega Lul Das ist ein Genie-Chat, come on Ich fühle ein gutes Matchup Hier ist schon mal Level 13 Ich lege auf die 6K Ich würde weinen für die 6K Ich würde alles tun Es gibt einen Schluck Ja, man, Two of them ist washed Der Magic war so bad! Der Magic war so bad! So viel Damage! Hilfe! So viel Damage! Das ist so ne krasse Führung! Jetzt siehts gut aus Digga. Können wir schaffen. Wir sind über 2000 Zuschauer und fast 23 Uhr mit Clashware mit dem Level 10 Account. Alle sind dabei. Ich danke euch für den Support. Horkies kommen rein. Das sieht nach einem guten Matchup aus Digga. Das sieht nach einem guten Matchup aus Digga. Hier sind 2000 Zuschauer zu sehen. Das ist ein gutes Timing. Er muss was setzen. Er muss loggen. Er hat Elector Spurled und Cannon Card. Das ist aber ein ganz normales Metadeck sogar. Wir hoffen einfach, dass Miner den Kollegen killt. Sollte aber eigentlich auch wenn er überleveln. Nein! Oh, was? Aber ein richter Turm? Was? Nur von Rekruten? Oh, er lockt da. Was hat er jetzt? Nichts. Bombtum rein. Oh, er lockt da. Was hat er jetzt? Nichts. Bombtum rein. Vorher bannen wir direkt. Vorher bannen wir direkt. Da kenne ich nichts. Da kenne ich nichts. Bats? Aber werden die Fische noch mitgetroffen. Wie wichtig. Hm, okay. Er muss loggen. Er muss links loggen. Die Speargobs! Die Speargobs! Noch ein bisschen. Oh mein Gott, wir sind ein Feuer bei Lockrange. Jetzt nur noch verteidigen und wir gewinnen das Game. Let's go! Wir haben es geschafft! 6000 Trophäen mit Stufe 10. Let's fucking go! Ich bin's. Mortenroyal. Das gefällt mir. Holy shit, da sind sie, Digga. 6000 Trophäen mit Level 10. und dann legen wir es Ihnen zu sehen. Jetzt muss ich Ihnen sehen. Am besten.